Hier ist Matthias Lipp bei seiner Lieblingssache, der telefoniert gern. Und hier sehen Sie den Parkplatz, wenn Sie einen Mietwagen haben. Hier genau vom Rio Bell Playa, hier hinten dran, haben Sie kostenlosen Parkplatz. Einmal hier heroben und einmal da hinten unten, da ist noch ein zweiter Parkplatz. Und unten ist sogar noch ein Parkhaus.